Bundesliga-Strapid muss nicht nur im entscheidenden Playoff-Rückspiel um einen Europa-League-Qualifikationsplatz am Sonntag 17.00 Uhr live Sky bei Sturm Graz auf Otenier Mario Sonnleitner verzichten. Der Innenverteidiger fällt wegen der Muskelverletzung im Adduktorenbereich, die er sich im Hinspiel zugezogen hatte, mehrere Wochen aus. Das gaben die Hütteldorfer am Samstag bekannt. Sonnleitner wird damit laut Klubangaben auch einen Großteil der Vorbereitung auf die kommende Saison verpassen. Der Trainingsstart bei Rapid ist für 20.00 Uhr. Juni angesetzt, die Bundesliga-Saison beginnt am 27.00.28. Juli, ob sich die Grün-Weißen neben dem Auftakt im ÖFB Cup 19.00-21. Juli, davor auch in der zweiten Qualierunde zur Europa-League-Hinspiel am 25.00. Juli, versuchen dürfen, entscheidet sich am Sonntag in Graz. Rapid dürfte nach der 1-zu-2-Heim-Niederlage im Hinspiel einen Kraftakt benötigen. Trainer Dietmar Kübauer gab sich vor der Abreise am Samstag Nachmittag aber kämpferisch. Wir fahren nach Graz, um zu gewinnen und noch die Qualifikation für den Europa Cup zu schaffen, sagte der Burgenländer. Leichter ist es durch die Niederlage in Hütteldorf natürlich nicht geworden, aber wir werden alles daran setzen, doch noch das bessere Ende für uns zu haben. Anstelle von Sonnleitner dürfte Maximilian Hofmann in den Kader zurückkehren, der im Hinspiel wegen einer leichten Bläsuhr gefehlt hatte. Ich tue alles, dass es sich für Sonntag ausgeht, und bin auch guter Dinge, dass es sich ausgeht, erklärte der 25-Jährige. Der für Sonnleitner eine wechselte Youngster Leo Greimel, 17, war im Hinspiel mit einem Elfmeter-Foul und einem Eigentor zum Unglücksrahmen avanciert. Let's block it's, why? Let's block it's, 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 let's block it's